Kommen wir mal nach Europa, hier haben wir im Moment so ein bisschen Erholungsbewegung in den letzten Tagen und da ist auch im übergeordneten Bild noch gar nicht viel passiert, obwohl wir ja eigentlich eine katastrophale Situation haben, einen möglichen großen Konflikt zwischen USA, zwischen NATO und Russland auf dem europäischen Kontinent, also faktisch den dritten Weltkrieg und trotzdem hält sich hier der europäische Aktienmarkt für diese Nachrichtenlage noch relativ stabil. Das kann sich sehr schnell ändern, aber im Augenblick kann das noch niemand so richtig glauben und hoffentlich zu Recht, dass das hier nicht eskaliert, sondern dass das hier sich bald wieder beruhigt haben wird. Im Augenblick haben wir hier erstmal für den heutigen Nachmittag zumindest etwas Beruhigung in diesem Segment. Nun, vor allem bei den amerikanischen Technologietiteln, da ging es in den letzten Tagen auch deutlicher nach oben. Sie sehen diese Aufwärtsbewegung und Stabilität hier oben, das ist ja jede Kerze eine Stunde, also hier mal auf die Tagessituation, da hat es hier doch eine gute Erholung jetzt gegeben nach diesem kurzen Washout und der Hintergrund, warum es besonders die Technologietitel jetzt beruhigt, das hängt, so blöd das klingt, mit der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Warum denn das? Nun, it's all about the rates, also es geht alles um die Zinsen. Sie erinnern sich, in den letzten Monaten haben wir viel darüber gesprochen, warum steigende amerikanische Zinsen so besonders schlimm für die Technologietitel sind, weil deren langfristig erwarteten Gewinne immer wertloser werden oder immer unwichtiger werden, je höher die aktuellen Zinsen sind und daher sind steigende Zinsengifte besonders für Technologieaktien, deren Gewinne erst in der Zukunft erwartet werden und umgekehrt, wenn die Zinsen also wieder fallen, wenn man da Beruhigung an der Front hat, dann ist das gut für Technologietitel und deshalb hatten die jetzt so ein bisschen besseren Lauf in den letzten Tagen als andere, wie zum Beispiel Banken, für die ist es andersrum, für Banken sind steigende Zinsen eher von Vorteil und fallende sind für die schlecht, weil sie eine geringere Verdienstspanne haben, aber das nur so am Rande erwähnt. Nun, warum hat man jetzt gedacht, dass die Zinsen wieder fallen, also nicht so stark angehoben werden, wie man das bisher gedacht hat? Naja, klar, bei der Wirtschaftssituation, wenn wir uns anschauen, natürlich die Verwerfung durch die Sanktionen hat einen unglaublich starken Einfluss auf die weltweite Konjunktur, in welchen Details, das lässt sich überhaupt noch nicht richtig abschätzen, aber es hat auf jeden Fall eine große Auswirkung auf die Energiemärkte. Vielen Dank.